Ja, die ÖGA ist eine der grössten Garten, Landschaftsgarten, Gartenmessen in Europa, denke ich. Man sieht es, die ganze Strasse ist verparkiert, kilometerlang, neben meinem Blumenfeld und hier ist ja mein Kürbisfeld. Es hat eben leider diese Nacht wieder 20 Millimeter Niederschlag gegeben. Ich probiere jetzt einmal, ob ich da mit meiner Motorhacke was machen kann und sonst fahre ich wieder nach Hause. Probiere mal. Ja, liebe Utrefreunde, das pure Gegenteil von gestern Abend. Es hat, wie gesagt, 40 Millimeter gerettet. Ich ziehe da meine kleinen, großen Fräser durch die nasse Ecke. Im Normalfall würde ich das gar nicht machen, aber in diesem extremen Jahr mache ich da ein paar Reihen. Aber ich denke, es würde dann auch, dass sie auch extrem niesam laufen müssen. Das ist auch nicht nass. Das ist auch nicht nass. Und das ist auch nicht nass. Das ist auch nicht nass. Oh Gott! Ich habe aufgegeben. Es ist dermassen nass. Die Schuhe voll Dreck. Die Maschine voll Dreck. Ich glaube, es wird 10 nach 3 T-Time für Bauer Hause. Ich arbeite 1-2 Stunden zu Hause und probiere es vielleicht nochmals. Oder sonst dann morgen. Ja, kein Wunder. Schaut das hier in meinem Auto aus. Wie auf einem Acker. In der Erde, die ich da reinziehe, kann ich eine Grasmischung im Auto sehen. So, und jetzt trinkt der Bauer Hause noch einen Kaffee. Okay. Okay. Okay.